Das Spitz, das ist dieser aortemäßige und doch so geheimnisvolle Zugang zum Augarten, der zwar Zugang ist, aber mehr Blickachse als Zugang. Das Wort Paradies bedeutet schon vom Wortstamm her, das ummauerte, also das Geheimnisvolle. Und diese Umfassung ist so kostbar, das ist eben die goldene Fassung für das schöne Juwel dahinter. Und jede Bresche, die man da hineinkneidet, stört uns bei unseren josefinischen Erlustigungen, die wir vielleicht in Zukunft dort mit verrocken Festlichkeiten im Sinne des Schätzers, der diesem Ort allen Menschen zur Erlustigung gewidmet hat, also wird das entgegenstehen. Und wir wollen doch eigentlich dieses friedlich ruhige Beibehalt, das so ein Ort hat. Und dieser schöne, geheimnisvolle Spitz, der wirklich entzückend ist und nicht ohne Grund, seit es das Denkmalschutzgesetz gibt, in Österreich unter Schutz steht. Und das ärgert mich einfach, dass man als Bürger, der Steuern zahlt, auch dafür, dass so eine Behörde funktioniert, dann alles selber machen muss. Und das müssen wir dann selber schützen und werden es besetzen und werden es festlich mit einem barocken Gelage, nicht mit einer Besetzung, vielleicht mit einer Festsetzung verteidigt. Wir wollen nicht, dass dieses liebe Haus geschliffen wird, wir sind nicht die Einzigen, die das stiert. Zur Erlustigung dem Volk gewidmet von seinem Kaiser. Frust hat reut und jung ist ungesittet und schreit sich heiser. Wenn ein Haus für unsere Sänger Kneblein wird gebaut, wollen wir, dass man nach unseres nicht zusammenhaut. Das sind ja alle dämpft, wenn das wegreißen. Das wollen sie wegreißen. Ja, ja, angeblich, habe ich auch gehört. Wollen sie wegreißen, aber warum gehört? Komisch. Gott sei Dank sehe ich schlecht jetzt, dass ich das Unglück da nicht mehr mehr so sehe. Das ist eine Art und Weise, dass man das richtig macht. Man kann nicht die Gläser von Menschen, die nicht die Autos schrauben, nicht die Violenz. Aber die Musik, das ist eine Art und Weise. Wenn wir uns dann anfangen, das Haus wegzureißen, dann hängen wir halt die Hängematten da drüben auf. Dann können wir uns schauen, wie wir es nicht wegbringen.